Der Freiburger Erzbischof Stefan Burga hat zu mehr Engagement für Flüchtlinge aufgerufen. Deutschland stehe als wohlhabendes Land in der Pflicht, sagte Burga der Deutschen Presseagentur. Hilfe für Flüchtlinge sei ein Gebot der christlichen Nächstenliebe. Burga ist in der Deutschen Bischofskonferenz für das Hilfswerk Miserior und damit auch für die Flüchtlingspolitik verantwortlich.